Hallo zusammen, es gibt News. Der NBINIC WIN 701 wurde geleakt. Es wurde letztes Jahr scheinbar ein Patent angemeldet, was jetzt im Februar abgeschlossen wurde bzw. genehmigt wurde. Ich bin aber nicht ganz sicher, ob ich das wirklich so interpretiere, aber ich glaube schon. Diese Beantragung und diese Genehmigung seht ihr dann gleich noch. Nichtsdestotrotz sind zusätzlich erste technische Zeichnungen in diesem Zusammenhang aufgetaucht. NBINIC geht also nach dem WIN 600 den nächsten Schritt und rüstet den Nachfolger mit einem 7 Zoll Display aus. Ich gehe mal davon aus, dass dieses 7 Zoll Display ein IPS Display sein wird. Es könnte natürlich auch sein, dass NBINIC uns mit einem OLED Display überrascht und den Weg des RG 505 weitergeht. Und ja, einen Windows Handheld rausbringt mit OLED Display. Mal abwarten, ob sie diesen OLED Weg konsequent weitergehen wollen oder nicht. Und da vielleicht lieber das Gerät preislich attraktiver machen und eben ein IPS Display verbauen. Kurz am Rande habt ihr gesehen, dass Aya Neo Air Plus und zwar wurde das Gerät ja vor einiger Zeit für 300 Dollar angeboten. Beziehungsweise für Early Access Vorbestell also glaube ich für 270 Dollar und ja, dieser Preis zählt nicht mehr. Der Preis ist jetzt doppelt so hoch und wir reden jetzt hier von knapp 600 Dollar. Und der Aya Neo Air Plus hat ja den Mendezino Prozessor drin, was schon eine ziemlich knackige Hausmarke ist. Besonders wenn man bedenkt, dass Arjen Loki, der Loki Mini Pro ja auch mit dem Mendezino dann ausgeliefert wird. Und der allerdings noch bei 300 Dollar im Vorverkauf ist, muss man mal abwarten, was da passiert. Ich finde es irgendwie relativ hoch, weil man sich an diese Preise um die 300 Dollar für die kleineren neuen Prozessoren gewöhnt hat. Mal schauen also, was da passiert. Zurück zum Win 701. Der Win 701 wird als nächstes der neue Windows Handheld für das Jahr 2023. oder beziehungsweise der erste Windows Handheld von NBINIC, wenn wir 2023 werden. Was klasse ist, dass die Schultertasten endlich eine neue Anordnung bekommen und scheinbar auch gut erreichbar sein werden. Man sieht das hier auch auf den Bildern ganz gut. Und ja, erstens hintereinander sind die Schultertasten angeordnet endlich, nicht quasi nebeneinander. Ihr wisst, was ich meine. Und zweitens, was sehr super ist oder was sehr gut ist, dass der Weg zwischen dem Stick, den Tasten insgesamt kürzer ist und auch, dass der Stick oben links platziert ist und nicht mehr unten. Dass man eben auch automatisch auch schon besser an die Schultertasten ankommt, die eben jetzt auch zusätzlich noch, wie schon erwähnt, eben hintereinander platziert sind. So wie bei der Switch Lite oder wie beim RG 505. Nicht wie beim 505 natürlich, sondern wie beim Retroid Pocket 3 Plus. Sorry dafür. Ich bin nämlich gerade dabei, den Retroid Pocket 3 Plus zu testen und da sind die Schultertasten auch hintereinander und wunderbar zu erreichen. Es scheint also insgesamt, dass der Win 701 eine deutlich bessere Ergonomie hat. Und ja, dafür also ganz klar Daumen hoch und willkommen im Jahr 2023 in Binnig. Die spannendste Frage bleibt natürlich trotzdem noch, was wird für eine CPU zum Einsatz kommen? Und so wie es aussieht, ist das Gehäuse relativ schmal. Es wird vermutlich kein AMD 6800U dort eingebaut werden können aufgrund der Wärmeentwicklung. Allerdings könnte es durchaus sein, dass dort ein Prozessor der Mindestino Baureihe zum Einsatz kommt. Aber das werden wir sehen. Warten wir das mal ab und womit uns dann einbändig überraschen wird. Was haltet ihr vom Win 701? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefällt, wisst ihr Bescheid. Wie gehabt, gerne liken, gerne abonnieren und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.